Atschig, Atschig, Atschig! Jetzt geht's los! Atschig, Atschig, Atschig! Jetzt geht's los! Atschig, Atschig! Meine Mami, ich spiele im Theater in Golizen. Sie kommen sogar vom Alzen. Das ist doch schön, als gebetet man hört und macht mir müde. Denn ich spiele niemals im Jahr, natürlich im frühen Jahr. Wir machen so kleine Sketches, das ist doch ein Fest. Und ein Mann erzählt mit vom Onkel Fritz und er sitzt. Und wenn wir fertig gespielt haben, essen wir den Pfannen mit einem Glas Wein in der Hand. Und nun gehen wir zu den Leuten. Jetzt ist aber die Zeit. Seht ihr sieben Kiesel? So geht ihr von viel Kiesel. Ich bin euch so gut im Witz erzählen. Besser das im Zählen, dass ich sogar Witz hoch mache. Wenn ich Witz auf der Bühne erzähle, kann ich Lachen von den Leuten zählen. Das ist wie ein Traum, so wie auf einem Baum. Wenn die Kirche mich anzuhören. Das muss alle Leute lachen. Soll ich ihnen erzählen? Ja! Seht ihr ein Mann, er geht in der Episerie und sagt, A ki 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 ki. Nur sagt ein Episier. Ihr müsst singen, weil wenn ihr redet und düsst. Nur singt ihr. A Kilo zu unter und ein Pfund Butter. Nehmt ihr singt die Arme und geht heim. Wenn ihr heim kommt, singt ihr, als ihr Hiesel brennt. Und sie sagt, ist der für ein Zähle schon ein Stützer? Nein, ist der für ein Zähle schon ein Stützer? Dann sind ihr. Mein Hiesel, der steht ja in Flamme. Bobje, für die Hollala, für die Hollala. und sie sagt, ist der für die Hollala. Deswegen sind die Hollala. Alle, die Hollala. Mein Hiesel, die Hollala. Ein 9,7 Ein 9,3 Urla, Urla Urla Der Schnee Ich weiß, wann sonst er ist Oh, in der Nacht hat es geschneit Es ist alles wiss Wiss, wiss, bladiss Wenn ich gleich war, dann find ich mich wohl Ich rutsche auf dem Schnee A-B-A-C Weht's Leid im Schnee Der Schnee geht weg Und weht's Leid im Dreck Ich rutsche in der Kurve und ich schnee im Schnee. Ich bin voll Schnee, aber jetzt langst. Ich bin jetzt ganz weiss, Mensch gerade, ich bin ein Bär. Ein Wisser natürlich. Ich kann nicht schön Schlitter fahren. Ich rutsche ein Bär mich ab, aber es geht viel zu schnell. Und schnell kommt der Kurve. Eieiei, die Grossmutter kommt. Alles ne! Die Grossmutter geht auf die Strasse, die Grossmutter geht weg und die Schnee im Dreck. Und Jesus Mario, eine zweite Kurve. Ein Hund geht auf die Strasse und dann weiter. A, B, C! Der Hund geht auf die Strasse, der Hund geht weg und die Schnee im Dreck. Eine dritte Kurve. Einmal mit dem Velo. A, B, C! Der Hund geht auf die Strasse, der Hund geht weg und die Schnee im Dreck. A, B, C! A, B, C! Der Hund geht auf die Strasse, der Hund geht weg und die Schnee im Dreck. A, B, C! Die Schnee im Dreck. A, B, C! Die Arrivillan ... Geord auf den Rassum, der Gerät ist ... Ist nicht so, die Erinnerung. Wir brauchen alle Arrivillans ... Wir haben noch ein Test vom Vorberein im Flug für Eurelia. Aber nur für die Eurelia, nur für die Eurelia. Das ist eine Dämonstration. Nur für die Eurelia, nur für die Eurelia. Jury, ich denke, ihr seid bereit? Publikum mit uns! A la 8! A la 9! A la 3! Wir haben 8! 9,5! A la 9! A la 9! 9,2! A la 10! A la 9! A la 10! A la 10! Adieu! A la 10! Meine Damen und Herren, ich komme vom Auge. Ich will von unserer Eltern erzählen, denn meine Tochter, das ist ein Wort. Ich bin auf Toll, meine Freizeit. Meine Großeltern haben unsere Treue. Meine Eltern ist immer noch. Darum treue ich sie sogar. Es gibt verführende Kleider. Das weiß ich von meinen Großeltern, die von zehn zwittert. Ein roter Schiller und Böwe und sie essen gerne Röwe. Sie haben ein paar lange Hossen, die sind schwarz, wie im Nachbarn sind die Katze. Sie haben ein Hemd, das ist weiss und es ist nicht gerne weiss. Sie haben goldische Knöpfe überall. So kommen sie dann auf den Ball. Die Mädchen, ob arm oder rich, ob dick oder fein, ob groß oder klein, gehen am Sonntag mit einem langen Röwe in die Kirche. Der Röwe ist rot für die Katholischen, grün, blühe oder violett für die Protestantischen. Dann sehen sie ein Hemd an mit Spitzeln und verstecken ein kleines Briefchen hinter dem Steckerl. Zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, ich bin so stolz, so etwas zu treuen. Es wäre erst eine Minute. Ich muss jetzt gehen. Es ist ecstizid. Applaus Die Musik Yes, yes, yes! Wattu, wattu, wattu! Yes, yes, yes! Wattu, wattu, wattu! Yes, yes, yes! Wattu, wattu, wattu! So, so, yes! On pourrait accorder 26.1 bonus pour la Postule. Jury, jury, vous êtes prêts? Ouais! Public, avec nous, à la Ligue! Et voilà, voilà, voilà! Et j'ai parti à 9.1! 9.3! 9.9! 9.3! Et 9.3! 10.3! 10.3! 8.3! 10.3 ! 10.3 ! 11.3! 12.1 ! About 8.1! Page! Page! Was sind die Jungen für Deteren? Für Deteren sind wir ein bisschen wie das Wetter. Lühe du. Einmal ist ganz wuch kalt und dann dort ist Sonn. Heute sind wir gut gelüht und morgen lühe wir in drei Tage reine Wetter. Heute ist kalt, morgen ist es warm. Das Morgen ist frisch und so weit ist nass. Mal gibt der Wind, mal kommt der Blitz, mal um den Wohnen, mal hat der Himmel. Das Wetter macht was es will. Zum guten Glück kann ich nichts dran ändern. Wenn Schnee geht, machen unsere Professoren immer mit. Wir sind nicht Röbino, wir sind ganz aufgeregt. Dann sind wir netisch, manchmal wetisch. Nicht gemütlich und nicht römisch. Aber wir können euch brav sehen. Ihr müsst uns nicht wie Lüse füren sein. Über euch wollen wir etwas wollen. Dann sind wir lieb, bis wir es bekommen. Und jetzt wollen wir euch sagen. Nein, ihr habt keine Zeit, alles müssen wir warten. Weil wir euch riefen sollen nach. Am Morgen machen wir es morgen. Ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit. Ich mache schon nichts, ich habe keine Lust. Und wir wollen uns noch. Sie sind wie in der Mittwoch, wenn wir die Zeit nehmen. Aber wenn wir uns riefen, wollen wir gleich kommen. Hopp, nein, wir sind schon ein Stopp, Hopp. Ich bin noch nicht da, soll ich die holen? Ihr habt immer riefen zu machen. 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 Immer riefen zu machen. Das Graspeie, den Keller rümen. Der Hoffeuern, beim Nachbarn zu reden. Die Mütter sind selbe. Sie sind immer steuern, immer ich. Sie finden immer riefen zu rümen. Immer riefen zu machen. Immer riefen zu kochen. Immer riefen zu fliegen. Können ihr euch da nicht einmal sitzen? Nein, nicht auf der Telekrat zu uns. Mit uns singen und selbst erzählen. Und boppeln, spazieren gehen. Sag! Wir sind vielleicht bangel. Aber wir sind euch kein Angel. Der Böhm muss noch behen, wenn er jung ist. Doch der Opfer will nicht nicht von Böhm. Der K Aha! Tag! 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 ISTA! 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 DOR-A-LÈ! BONDREN BANGER! DOR-LÈ! May we finish this one now? May we finish this one more? Auf der Assisi, vor einem Moment ist hier! Auf der Nöse! Auf der Assisi bis auf der Nöse! Eins, zwei, drei, Los! Klar, meinst mich in BGG, aus der Russen. Jury, Sie sind bereit? Nein, Sie haben das gleiche. Sie haben das gleiche. Oh nein, Sie haben das gleiche. Publikum mit uns. Alla, sieh. Alla, sieh. Alla, sieh. Alla, 9,6. Alla, 9,2. Alla, 9. Alla, sieh. 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 Vrakomm. Zg. Es ist auch. fromcht. En St coin Rutsi, Rutsi, Rutsi! Rutsi, Rutsi, Rutsi! Rutsi, Rutsi! Hey, von der Rutsi! Zwello, wenn ich mit mir wieder fort bin, schäle die Sonne und fliege und ich fliege fort. Schon wieder auf den Boden fliege. Und ich habe getrennt und getoff und jungen und ich bin wenig geworden. Und meine Kumpels haben mich ausgelacht. Aber es ist so, wir können nichts machen. Backland, wie jetzt? Will ich nicht, will ich noch fahren. Aber wir fahren, jetzt ist prior. Jetzt können wir gut fahren. Das findet mir gut und meine Kumpels ein. Und wissen wir was? Einer von meinen Kumpels ist ausgelacht und mir hat ein Geld gelacht. Also Rutsi, Rutsi, Rutsi! Das ist doch toll. Du kannst nicht den Aufmerksamkeit? W-A-L-E! Ah, aber ich schaue nicht an einem der anderen Seite. Du willst doch weiter. Bravo! W-A-L-E! W-A-L-E! Es ist ein anderes Jury! W-A-L-E! Es ist ein anderes Jury! W-A-L-E! Otto, 8, Konderfell, Ried wie wir sein! Und das ist die Fürsang. Niemkommagin, Nacken und Nacken, Nacken und Nacken, Nacken und Nacken, Nacken und Nacken. Nacken und Nacken, Nacken und Nacken. Nacken und Nacken und Nacken. Nacken und Nacken, Nacken und Nacken. Nacken und Nacken, Nacken und Nacken und Nacken. Das ist für Mohler! Vielen Dank für die Schülerinnen und die schöne Erfahrung, mit allen Kindern zu kämpfen. Vielen Dank auch, Herr Spritz, der uns sehr unterstützt. Und ich möchte auch noch, in der Aufmerksamkeit des Gästen der Gäste 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 der Gäste. Ich bin Aurélien, ich wohne in Kirchlein, ich komme von Marlenheim, von Grégoire Blanc. Ich habe 14 Jahre alt und ich bin hier für die Schlussfolgerung. Kannst du dir ein bisschen den Kippen? Ja, das ist Fanny, der hat einen Texte über die Kinder und die Kinder. Das ist Valentin, der hat einen Texte über die Arme. Matthieu, der hat einen Texte über die Kostüme. Und dann Pierre, der hat einen Texte über die Arme. Und ich habe einen Texte über die Neige. Das ist ein Fort Diver. Ohlala. Was ist ein Fort Diver. Eine Datei, der hat einen Dieige. Mikael Kotlin. Verabschied tutti. 精神 oppure Ja wenn man weiß, kann sich dasrarيرة Vielen Dank.